Hallo und herzlich willkommen zu Aktien News. Heute wieder ein Update zur AMC Entertainment Aktie, mein Wochenendupdate und eine kleine Chartanalysen dazu. Ihr habt wieder die Glocke gehört und zwar haben wir ein Wochenplus von fast 20%. Das ist natürlich schon sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Klar, in Anbetracht der Riesenverluste, die die AMC Aktie hingelegt hat, ist es natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber man muss halt auch wieder mal langsamer anfangen erstmal und muss schauen, dass sich der Trend etabliert, dass wir jetzt die Trendwende hinbekommen haben eventuell. Wir schauen uns das Charttechnisch gleich nochmal an und schauen uns gleich nochmal die Kerzenformation an und werden sehen, dass eine Trendumkehr laut Kerzenchartsignalen vollzogen ist. Dafür schauen wir uns jetzt gerade mal den Chart an und sehen hier diese Trendformation, die hier sich gebildet hat. Zwei nebeneinander stehende Kerzen. Die grüne Kerze ist größer, schließt quasi die rote letzte Kerze mit ein. Und das nennt man ein Bullish Engulfing, das ist quasi eine Trendumkehr, die sich dann hier in den nächsten drei Tagen bestätigt hat, sodass man hier eigentlich von einer Trendumkehr reden kann. Hier haben wir zum Beispiel ein Bearish Engulfing, das ist das Gegenteil genau von hier. Hier ging quasi ein Abwärtstrend los, den seht ihr hier sehr schön, der hier eingesetzt hat. Natürlich hatten wir vorher schon einen weiteren Abwärtstrend, der bis dahin ging, aber hier wurde er nochmal bestätigt und es ging noch weiter runter. Und das ist genau die gegenteilige Formation, die dann eine Trendwende anzeigt. Das heißt, normalerweise, wenn wir jetzt davon ausgehen könnten, dass die AMC-Aktie auf solche Signale reagiert in irgendeiner Weise, dann wäre das eigentlich ein eindeutiges Zeichen, zumindest von der Charttechnik her, ein bullisches Kaufsignal, muss man wirklich sagen. Hat sich jetzt so in den letzten drei Tagen bestätigt. Diese gesamte Woche war ja so, wie gesagt, ein Plus von fast 20%, was auf jeden Fall sehr, sehr positiv ist und sehr erfreulich erstmal. Aber vor allen Dingen ist diese Trendumkehr hier erfreulich, dass wir diese Trendumkehr zumindest jetzt erstmal von der Kerzenformation vollzogen haben. Zumindest jetzt erstmal in diesem Bereich. Das muss ich natürlich jetzt bestätigen, die nächsten Tage. Es darf natürlich nicht wieder runtergehen unter dem Kurs von 3,67 Dollar. Das war der niedrigste Kurs. Wenn es natürlich da wieder drunter geht, ist natürlich diese gesamte Formation hier wieder hinüber. Und das kann natürlich bei einer so manipulierten Aktie wie die AMC es ist natürlich passieren. Das ist natürlich klar. Aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt keine manipulierte Aktie, dann wäre das hier halt ein super Kaufsignal. Und man würde davon ausgehen, dass es doch weiter hoch geht. Wir werden sehen, ob es dann doch vielleicht überwiegen kann, dieses Kaufsignal, weil hier doch einige Anleger reingehen, einige Daytrader, einige Institutionelle, die sich nach diesen Signalen hier richten, dass da vielleicht dann doch so viele Investoren reingehen, dass es den Shortsellern immer schwerer fällt, diese Aktie unter Kontrolle zu kriegen. Irgendwann muss ja die Trendwende kommen und momentan sieht es so aus, dass die Trendwende eingesetzt hat zumindest, eingesetzt hat, noch nicht abgeschlossen ist. Abgeschlossen wäre sie hier bei ca. 5,20 Dollar. Wenn wir da drüber sind, dann wäre dieser Trend hier, da wäre das hier abgeschlossen, diese Trendwende. Dann wären wir hier drüber und würden uns dann ja quasi zum nächsten Ziel 6,10 Dollar, 6,20 Dollar wieder hocharbeiten müssen. Natürlich nur für unter der Voraussetzung, wir schaffen hier die 5,20 Dollar, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche, man wird sehen, ob wir da rüber kommen werden. Wir haben hier noch einige Widerstände zu nehmen. Hier wurde quasi die 20-Tage-Linie von unten nach oben durchstoßen, was ja schon mal ein ganz gutes Signal ist. Dann haben wir hier unten drunter die 10-Tage-Linie. Wenn die 10-Tage-Linie dann auch die 20-Tage-Linie von unten nach oben durchstößt, das könnte ja in den nächsten Tagen, nächste Woche irgendwann mal so sein, wenn denn der Trend hier weiter nach oben geht. Und dann wird ein neues Kaufsignal generiert durch diese 10-Tage-Linie, die durch die 20-Tage-Linie durchgeht. Und das könnte dem Kurs auch noch weiteren Schub nach oben verleihen. Zumindest ja für die, wie gesagt, Daytrader, für die Institutionellen, für diejenigen, die dann in die Aktie reingehen, könnte das auf jeden Fall ein Signal sein, hier mit reinzugehen. Jetzt muss man natürlich schauen, ob die Manipulation weiterhin so in diesem starken Ausmaße stattfindet, wie bisher, oder ob sich dann doch vielleicht der ein oder andere Short-Seller anfängt hier einzudecken, weil er sieht, okay, die Trendwende ist geschafft. Es ist so, dass man charttechnisch zumindest hier es nach oben gehen könnte, nach oben gehen müsste. Und irgendwann mal ist einfach auch der Boden da. Und das sieht halt momentan erst einmal so aus. Bis natürlich Adam Aaron wieder weitere Aktien auf dem Markt gibt, um zu verwässern, dann kann natürlich sowas wieder ganz schnell zerstört werden. Das ist natürlich logisch. Deswegen müssen wir natürlich jetzt da aufpassen, was bringen die nächsten Tage, was bringt die nächste Woche, wie geht es da weiter. Und wird dieser Trend, der hier einsetzt, bestätigt? Geht es hier nachhaltig weiter nach oben? Oder wird der Trend wieder kaputt gemacht und zerstört? Und es wird wieder nach unten durchbrechen und wieder unter die 3,67 Dollar gehen? Wir haben RSI von 45, wenn wir da auf die 50 kommen, dann sind wir im neutralen Bereich. Momentan sind wir noch im bearischen Bereich. Aber wie gesagt, mit Ziel nach oben mehr oder weniger Richtung ist schon klar. Die Richtung geht auch beim RSI nach oben. Das heißt, hier haben wir bullischte Signale im Chart, bullischte Signale im RSI, sodass, wie gesagt, das momentan eher bullisch als bearisch aussieht. Also so zumindest vom Chart her. Würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Wo könnte der Kurs am nächsten Freitag liegen? Wir machen wieder unser Spielchen. Wo liegt der Kurs am nächsten Freitag? Und derjenige, der da richtig liegt, bekommt von mir die Glocke. Das machen wir jetzt diese Woche, fangen wir jetzt wieder an. Zumindest jetzt, heute und nächste Woche schauen wir dann mal, ob ich mich dann am Wochenende wieder dazu entschließe, das Spielchen zu machen. Ihr könnt ja auf jeden Fall erstmal eure Kommentare dazu abgeben, was ihr darüber denkt und dann eure Kurse für nächsten Freitag preisgeben, wo der Kurs da liegt. Und ja, ansonsten war es das hier von meinem kurzen Wochenend-Update mit Chart-Analyse bezüglich der EMC-Entertainment-Aktie. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von der EMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten habt ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017